Seit Monaten wird gemunkelt, dass Peter Klein und Yvonne Wölke heimlich ein Paar sind. Ob dem so ist, klärte die Blondine jetzt abschließend auf. Peter Klein, Yvonne Wölke klärt Liebesgerüchte auf. Die Schlammschlacht zwischen Iris Klein, 56, und Peter Klein, 56, sorgte in den vergangenen Monaten für etliche Schlagzeilen. Schon damals wurde spekuliert, ob zwischen Peter und Yvonne Wölke, 41, die letztlich mit für das Eheaus verantwortlich war, und in die sich Peter schließlich sogar wirklich verliebte, mehr laufen könnte. Bestärkt wurden diese Gerüchte unter anderem von Iris selbst, die immer wieder betonte, sicher zu sein, dass zwischen den beiden etwas läuft. Zuletzt standen Peter und Yvonne dann auch noch gemeinsam für eine angebliche neue RTL-Show vor der Kamera, ganze acht Wochen verbrachten sie miteinander, bevor sie die Dreharbeiten vor kurzem abschließen konnten. Yvonne Wölke, auch wenn Iris Klein etwas anderes behauptet, schon in der Zwischenzeit, aber auch jetzt noch, hieß es immer wieder, dass Peter Klein und Yvonne Wölke mittlerweile heimlich ein Paar seien. Doch ist dem wirklich so? Darüber sprach die 41-Jährige nun selbst. Im Interview mit Bild stellte sie ein für allemal klar, dass zwischen ihr und dem Ex von Iris Klein nichts läuft, und angeblich auch nie lief. Peter und ich sind kein Paar, und wir waren auch nie eines, auch wenn Iris Klein stets etwas anderes behauptet. Doch damit nicht genug, Yvonne betonte auch, dass sie sich sogar über ein Liebeskommeback von Iris und Peter freuen würde. Ich würde es den beiden sogar wünschen, erklärte sie. Und was sagt der 56-Jährige, der sich bekanntermaßen im Februar zu seinen Gefühlen für Yvonne bekannte? Der teilte vor kurzem vielsagende Zeilen im Netz. Glücklich, dass wir es gemeinsam gerockt haben, und wir es für uns positiv beendet haben. Wieder etwas, was ich auf meinem Lebensweg in die Kiste der schönen Erinnerungen packen kann. Viele sind sich sicher, dass sich diese Worte auf Yvonne beziehen. Ein Liebeskommeback mit Iris Klein scheint hingegen aktuell ausgeschlossen. Während Peter sie erst vor kurzem als »erwärmlich« betitelte, verkündete die Katzenberger Mama schon vor einigen Wochen, wieder in festen Händen zu sein. again hombre in h in in Vielen Dank.